Hey Leute und damit Willkommen zu einer kleinen Weihnachtsgewinnspielaktion. Und zwar zu gewinnen gibt es einmal ein Rocket Gaming Mousepad, ein Monat auf den GOMMHD.net Server Premium und eine 10€ PaySafe Karte. Jetzt kommen wir mal zu den Teilnahmebedingungen. Ihr müsst mich abonniert haben und habt nur einen Kommentar zur Verfügung, um zu entscheiden, was ihr haben wollt und warum ihr das überhaupt haben möchtet. Leider dürft ihr euch nur für eine Sache entscheiden. Dazu gehört noch, ihr müsst dem Video einen Like geben. Ich hoffe diese kleine Gewinnspielaktion gefällt euch und damit wünsche ich euch auch gleich eine schöne Weihnachtszeit. Feiert schön, haut rein, tschüss!